Minecraft Nero wird das nächste große Minecraft YouTuber Projekt schlechthin. In diesem Tutorial erkläre ich dir aus diesem Grunde, wie du die zu Grundlage dienende Modifikation Advanced of Ascension einfach herunterladen und installieren kannst. Gehe dafür zunächst auf den Link in der Videobeschreibung und klicke auf diese Seite auf den Download-Button. Du wirst nun auf Adfly weitergeleitet, wo du einige Zeit lang Werbung abwarten musst. Überspringe sie einfach mit einem Klick auf Werbung überspringen. Auf Mega wähle nun Herunterladen via Browser aus. Neben der Modifikation an sich benötigst du auch den Forge Mod Loader für die Version 1.7.10, für die auch der Mod verfügbar ist. Dafür einfach unter Minecraft Versions auf files.minecraftforge.net 1.7.10 auswählen und den empfohlenen Installer für Windows herunterladen. Überspringe hier die Werbung mit einem Klick auf Skip und öffne den Forge Installer ganz einfach mit Java. Hier wählst du nun einfach noch Install Client aus, beachte dabei, dass der Minecraft Dateifahrt korrekt sein muss und klicke auf OK. Die Installation funktioniert jedoch nur, wenn du Minecraft 1.7.10 schon mindestens einmal mit dem normalen Launcher gestartet hast. Nachdem du diese Meldung erhältst, kannst du auf OK klicken und das Spiel erstmalig starten. Wichtig ist, dass du unter Edit Profile und Use Version ab sofort immer 1.7.10 Forge auswählst. Der Startbildschirm deines Spiels sollte sich nun verändert haben und einige Forge Elemente zusätzlich anzeigen. Ist das Spiel geöffnet, kannst du es direkt wieder schließen und auf deiner Tastatur Windows-Taste und R zeitgleich eingeben und in das Ausführen-Dialogfenster %appdata % eintippen. Klicke auf OK und gehe in den Punkt Minecraft Ordner. Hier hat sich nun ein Mods-Ordner erstellt und in diesen ziehst du ganz einfach per Drag & Drop den eben heruntergeladenen Mod hinein. Startest du nun das Spiel über den Launcher und das Forge-Profil, wird die Modifikation immer direkt mitgeladen. Sofern du nun im Mods-Verzeichnis die Mod angezeigt bekommst und auch ingame einige neue Overlays und vor allem Items zu finden sind, hast du die Mod erfolgreich installiert und kannst nun ebenfalls mit der gleichen Modifikation wie in Minecraft Nero spielen. Dafür stehen dir zahlreiche neue Items und Möglichkeiten wie beispielsweise Statuen oder merkwürdige Spawner und komplett neue Landschaften zur Verfügung. Ich wünsche dir nun viel Spaß beim Entdecken dieser und empfehle dir ebenfalls die Mod auch auf einem Server zu installieren, damit du sie mit deinen Freunden zusammenspielen kannst. Ein Tutorial dazu findest du jetzt rechts oben in der Infocard und in der Videobeschreibung verlinkt. Auf Tutorialcenter.tv gibt es weitere Informationen. Vielen Dank fürs Zusehen und viel Spaß beim Spielen des Modpacks von Minecraft Nero. Vielen Dank fürs Zusehen und viel Spaß beim Zusehen und viel Spaß beim Zusehen und viel Spaß beim Zusehen.